Ich frage mich wofür was wird noch kommen Okay, ach, okay So Noch Fragen Okay, verstehe Noch Fragen Und umfallen Umfallen Sehr schön Ja, machst noch hier Zuckungen beim Sterben Need water Na, ihr braucht kein Wasser mehr Hätte ich denn noch Wasser für euch? Ich hätte fünf Botteln für euch, ja Aber die braucht ihr nicht mehr Jetzt ist auch klar, warum Ich so viele Patronen hier gefunden habe Kommen denn hier noch welche? Wir Wir werden es sehen Dann wollen wir mal Okay Das sieht mir Verdächtig aus Wir kommen also nirgends rein Wir müssen diesen Weg Gehen Erstmal aufs Klo Klo Da haben wir eine Frau Ah, wer seid ihr denn? Hey, hey Hey, hey Over here Please Ich fühle mich Ich fühle mich Ich fühle mich Ich fühle mich Ja, okay Wir haben noch eine weitere Person geholfen Kannst mal wieder normal gehen, danke Nö, ich hab sie nicht gesehen Und ich bin auch nicht der Aufzugmeister Ach, hier gibt es wieder Äpfel Äh, Tomaten Hey, that's a big boat What kind of animals do you hunt around here? Ja, ja, ja Oh man, lauf mal wieder normal Das ist echt, echt so ätzend Wenn er sich auf einen Menschen fixiert hat Und Dann versucht weiter zu gehen Das sieht so Naja, dumm aus So, wer seid ihr? What do you mean Do I like your dress? It's a tattered mess How would you Hey, how did you get here? You must be the man My son talked about For the elevator repair Our elevator is out One of our friends went down there Before it ran out of power And it's been stuck for a long time Aha Ich hab nicht mal ne Ahnung Wer dein Sohn ist Ach komm Kollege Geh nochmal Soll ich jetzt hier den Aufzug reparieren Oder was wollt ihr von mir? Hm, ja Wo bekomme ich das Teil jetzt her? Hey, how did you get here? You must be the man My son talked about For the elevator repair Nein Ich bin nicht wegen der Aufzug Reparatur hier Ich kenn nicht mal deinen Sohn Na, lass mich doch in Ruhe So Okay Ah, was haben wir da? Hopp Eine Wiederholung Ich hätte jetzt nach der Batterie Oder was auch immer für den Aufzug erforderlich ist Gesucht, gehofft Dicke Dingst Ja Immer weiter Komm Hast du das gleich? Ja 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 Komm Wunderbar Wow Wow Nachbeben Ach Okay Das war ein kleines Nachbeben Ein Kletterhaken Es ist wohl noch nichts zu Ende I am alive Doch nicht Gut, müssten wir wohl da lang Aber guckt euch das Panorama an Ist nicht schick Ah Ah Let's play Ach Oh Grausam Äh Ja Weiter Weiter Wow Wow Wir haben es ja gleich geschafft Komm Kollege Komm Keine Müdigkeit Hey Mario Hey Mario Wow Wow Ähm Hausdauer So 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 Für mir ein bisschen Wasser Na Können wir uns hier ausruhen Ja Wunderbar Gut Weiter Wir haben es ja gleich gepackt Wir haben es ja gleich gepackt Okay Wow Ganz ruhig So Kollege Komm Wow Alter Hier bricht ja alles auseinander Ah Komm Rechts Rechts Ah Scheiße Hoch mit dir Komm 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 Oh Oh Boah Boah Heftig Wahnsinn Wir haben es geschafft Auf den Rückweg Nein Also Begraschen sieht das jetzt nicht aus Wow Wow Oh Wow Okay Ja Ja Wow Okay Das Wird heftig Oh Gott Warum Okay Ich gehe nochmal kurz rein Und Check nochmal die Lage ab Ah Kanister Ja Kommen wir denn der ist nochmal hin Oder Eher nicht Ach mal schauen Gucken wir nochmal Schmerzmittel Ach ja Gucken wir mal Tag Leute Ja Ich mache euch mal den Aufzug wieder ganz Wow Cool So kommen wir viel schneller runter Geil Geil Schnauze Was Ach Halt den Mund Wer hätte es mich leben lassen sollen Achso dann Müssen wir also für jeden Einzelnen Generator Jeweils so ein Kanister holen Damit wir jeweils Immer weiter nach unten kommen Als hätte ich das geahnt Und das hat wahrscheinlich dann Zunehmend Mehr und Mit mehr Leuten bewacht Wahrscheinlich Zack Aufzug Operaturservice Absorbiert Wow Genial Das hat wieder Erfolg gebracht Ja Das ist doch cool Ah und hier Kommt dann also wieder Hallo Stopp Bitte Ich bekomme nur einen Kletterhagen von euch Das kann es ja nicht wahr sein Das scheint dann wohl der Sohn zu sein Den ich aber komischerweise sofort nie gesehen habe Naja Naja Ach ja gut Perfekt Perfekt Wir müssen jetzt im Park gehen Okay Dann Wie geht's das ja nicht wahr I Ich kann es doch mal eine Kletterhagen von euch